Ja oder nein? Wie viel? Wie hoch? Wie groß? Und vor allem wo? Es gibt so viel zu entscheiden vor dem Kauf einer Immobilie. Kein Wunder, schließlich ist das eine der wichtigsten Entscheidungen in Ihrem Leben. Bevor Sie in Ihre eigenen vier Wände einziehen können, gibt es viel zu tun. Den richtigen Sparvertrag finden, um Eigenkapital aufzubauen. Sich über öffentliche Fördermöglichkeiten informieren, Finanzierungsformen prüfen, Laufzeiten und Zinsen vergleichen. Jede Entscheidung muss wohl überlegt sein. Schließlich sollen Sie sich auch noch in 30 oder 40 Jahren in Ihrem Eigenheim wohlfühlen. Darum helfen wir Ihnen nicht nur die passende Finanzierung zu finden, sondern sind auch dann für Sie und Ihre Familie da, wenn sich Ihre Bedürfnisse verändern. Wir helfen Ihnen bei finanziellen Fragen rund um den Hausbau, bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie oder eines schönen Grundstücks und unterstützen Sie auch bei der Vermittlung Ihrer eigenen Immobilie. Sie besitzen bereits eine Immobilie und möchten Ihr Eigenheim oder Ihren Garten verschönern? Dann beraten wir Sie gerne bei Ihren finanziellen Fragen zum Thema Modernisieren und Renovieren oder sichern Ihnen die richtige Anschlussfinanzierung und zwar immer persönlich und verlässlich, dank unseres regionalen Know-hows und unserer starken Finanzpartner. Haus bauen, Wohnung kaufen, Grundstein fürs Eigenheim legen. Mit unseren Angeboten zum Thema Immobilien erstellen wir einen individuellen Zukunftsplan für Sie und Ihr Eigenheim. Dafür müssen Sie nur eine ganz einfache Entscheidung treffen. Besuchen Sie uns in einer Filiale in Ihrer Nähe.